Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Klimaschwindler und AfD-Nazi, Carsten Hilse, hat von der Bulli-Sei, auf die Fresse gekriegt. Gut so. Das arme Schwuchtel-Jungchen, musste natürlich sofort zu Mama rennen. Natürlich ins Bundeswehrkrankenhaus, da drunter ging's wohl nicht. Er hat sich mit letzter Kraft dorthin geschleppt, so war zu hören, und sich danach beim Schäuble beschwert. Hilse, der alte Klimaleugner. Schuldgefühle gleich null, Respekt dafür. So empathielos kann man gar nicht sein. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020